Hallo und herzlich Willkommen zurück bei The Last Guardian und demjenigen, der zu mir sagt, ich soll hier springen. Und dann ist die Frage, wo soll ich hier hinspringen? Kann ich da rüber springen oder bin ich dann gleich tot? Ah, ich weiß nicht. Ja, wo ich springe, weiß ich. Aber sonst würde ich sagen, Moment, kann ich irgendwie da hoch? Nein, da kann ich auch nicht hoch. Dann bleibt mir ja nur zu versuchen, auf diese Kugel zu springen. Wenn das daneben geht, bin ich hinüber und Rico höre ich schon schreien. Wow, es geht. Ah, geht es? Das ist bescheuert bestimmt. Auf die Idee ist bestimmt noch keiner gekommen, da oben drüber zu laufen, oder? Und dann auf den Käfig springen, oder? Pah. Ich würde sagen, ja. So, jetzt sind wir hier drauf. Hängen? Hängen ist gut. Gibt es da oben was? Nein, oder? Nein, ich glaube nicht. Ah, ich spüre meine Finger hier. Ich glaube nicht, dass das irgendwas nutzt hier. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Was gibt's da drüben? Kann ich da rüber? Und wenn ja? Sämtliche Hintergrundgeräusche beinhalten heute ein Silvesterfeuerwerk. Nein, es ist noch nicht Silvester. Haben wir Feuerwerksverkauf. So, nichtsdestotrotz, was mache ich? Versuche ich da rüber zu springen? Ich versuch's. Okay. Eins tiefer. Noch eins tiefer. Jetzt bin ich hier. Bringt mir das was? Nein. Wo ist Trico? Hm. Trico! Ete! Das hier bringt irgendwie gar nichts. Hier ist aber nichts, wo ich hin kann, oder? Nein, nicht wirklich. Nein, und Trico ist da drüben. Was uns jetzt nicht besonders hilft. Und da rüber springen kann ich höchstwahrscheinlich von hier auch nicht, oder? Doch, kann ich schon. Aber ob das gute Idee ist? Jetzt gehen wir mal wieder in den perspektivischen Schwierigkeitsfaktor. Oh, Backe! Mann, oh Mann, oh Mann, ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber Trico muss doch irgendwie komm mal hierher und kannst du das hier halt runterziehen irgendwie. Trico! 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 Wo ist er hin? Wo bist du? Ja, Trico! Trico! Kommt aber nicht. Hm. Ich weiß auch jetzt nicht, wozu das gut ist. Kommt er nicht auf die Seite? Wo ist Riko jetzt? Okay, ich muss dann höchstwahrscheinlich nochmal zurück. Weil ich keine andere Chance habe. Hm. Aber mal, da ist ja jetzt ein Feuerchen drin. Wo war das vorher, das Feuerchen? Oder andersrum? Muss das da irgendwie hoch? Das ist eine gute Frage. So, ich bin jetzt mal ein paar Minuten still, weil hier gibt's Zusatzfeier. Was ist Riko? Der! Yedio! Ah! So, vielleicht kommt Triko ja hier rein, wenn ich die Türen aufmache richtig, kann ich die weiter aufmachen? Kommst du hier rein? Kannst du hier rein? Lass mich mal da umgucken. Hm, was ist das da? Muss da vorne auch irgendwie Feuer rein? Lass mich mal darüber laufen. Den habe ich aber runtergezogen, den Hebel. So, und das da, kann ich das hochziehen irgendwo? Nicht wirklich, ich sehe, vielleicht, wenn ich, kann ich da irgendwo durch. Nicht wirklich. Lass mich mal vor ein bisschen tiefer gucken. Nie können wir daran drehen. Kann ich mich da hochziehen? Und wenn ja, habe ich davon was? Der ist ja auch schon da oben. Ach nee, der ist ganz da oben wieder. Diese Flamme da oben. Oh, er kämpft sich aber auch ganz schön nah hoch auf dem Blatt. Ist nicht so einfach, ne? Nimmst du mich da nochmal mit hoch? Na, runter. Runter. Ah. 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 Perspektivisch nicht schön. So, ist dann die Kette. Und dann möchte ich mal mit dir da hoch. Kannst du mir mal sagen, wo ich bin? Da bin ich. Gut. Bring mich mal da hoch. Bring mich mal da hoch. Bring mich mal da hoch. Einmal hoch. Na komm. Na komm. Na, du warst doch gerade oben. Bring mich mal da hoch. Na komm. up. Ach. Hoch. Auf. Da hoch. Hoch. Da hoch. Da hoch. Guckst doch schon hoch. Dann spring mal. Flieg mal. Na komm Jawoll Dankeschön und Jaja das schaffst du schon Jetzt lass Ja Na toll 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 das war zu hoch und total unnötig Gut das heißt ich bin wieder hier und Trikot ist da und ich bin kein Stück weiter Wo ist das Rätselslösung Ich sehe jetzt erst mal nicht Na bleib hier Perspektivisch hier geblieben bitte Da bin ich dann vorhin schon mal runter Achja ich will weiter Nicht wirklich Ich habe jetzt aber auch nichts gefunden wo wir hier hochziehen könnten Jetzt geht das wieder los Ich muss da rübergucken Okay Jetzt machen wir trotzdem noch mal oben diese zwei Türen auf hier Versuche mir die Dinger nicht auf die Füße zu stellen Na komm Autsch Mann Ich stürze noch ab hier Mama ich kann die auch in die Richtung abmachen genau Oder Gehen die da mehr auf Ich darf auch nicht Nicht wirklich Hallo da bin ich wieder Ich bin so klug wie vorher Nämlich keinen Plan Was gerade von mir verlangt wird Und ich sehe auch nichts Wie ich das da hochziehen Oder das runterziehen könnte Aber das blaue Licht Hat bestimmt eine Bedeutung Ich war ja noch gar nicht da unten Fällt mir jetzt gerade an Oh vielleicht guckt man da einfach mal hin Was geht auf Nicht auf Das kommt jetzt runter Okay Was es nicht bedeutet Dass ich da hinkomme Aufheben Toll Und wohin Wohin damit Oh nee Okay Dahin nicht Gehen wir mal da hoch Ach Vielleicht auf die anderen Seite hinhängen Schauen wir mal So Das stelle ich hier erstmal ab Oh Hoffe dass es mir nicht runterfällt Und wir sehen uns wieder Wenn ich weiß Was wir damit machen müssen Bis dann und Tschüss Bis dann Tschüss